Wie hat dir unser, äh, Hamburg, schönes Hamburg gefallen? Tom, ich sag dir, Hamburg ist so asozial gewesen. Und die Jungs haben sogar gesagt, die Hamburger Jungs, ey Bro, du hast ein richtig falsches Bild von Hamburg. Und genau so richtig komische Sachen sind uns passiert, als ich in Hamburg war. Zuerst die Schlägerei, danach kamen immer irgendwelche Junkies und Obdachlose und haben uns irgendwie angemacht und rumgeschrien und wollten irgendwas haben. Und auch an der Tanke hat jemand Blumen geklaut vor uns und hat geschrien. Und ach komm, das war nur wirklich, mit den Junkies ist es ganz, 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 ganz wild. Nicht Obdachlose, das sind Junkies, wirklich Junkies. Aber naja, kann man nicht ändern, Chat, ist halt so. Aber ansonsten ist Hamburg schon, Tutsi, crazy. Ich finde Hamburg eigentlich echt schön, du hast wahrscheinlich wirklich einen falschen Eindruck bekommen. Allein so Reeperbahn, diese Ecke, überall so Lichter und nur verrückte Menschen unterwegs. Dann war dieser Pennymarkt, wo dieser Pennymarkt ist. Ja, es kommt halt auf die Uhrzeit an, dann darauf, wo du in Hamburg bist. Also ich mag Hamburg. Also sowas kenne ich halt von Berlin nicht, diese Szene, ne? Gibt's halt nicht. Eigentlich müssen wir echt mal nach Frankfurt, ey. Boah, Frankfurt-Assiviertel, ne? Nach Frankfurt Hauptbahnhof. Wie man sich schon fühlt, irgendwie. Frankfurt Hauptbahnhof.